Jetzt wieder aufeinander treffen mit der schwedischen Mannschaften. Nächsten Start und das ist Niklas Kalins-Wenzoller. Der kann in Führung gehen. Ja, warte mal ab, der rote Kohlflügel, der kommt. Niklas Kalins-Wenzoller hat der Zweikritte. Er müsste vielleicht versuchen, den O-Geletzten mit mir noch zu kriegen. Niklas Kalins-Wenzoller, weil er sich nicht so ausreichen würde. Günther Bauer in Führung. Er steht in der Köln-Wenzoller. Und den Köln-Wenz-Platz. Der muss nach vorne bleiben sonst. Zuerst sind die Schmieden mit den Deutschen punktreich. Und es geht einfach nach der Spitze. Und die letzte Ecke hier am Fahrrader vorbei. Bei uns der Schoßern. Es ist kein Schotspflug. Der Köln-Wenzoller. Der Köln-Wenzoller. Das ist ein Schussspel für den Krankenhaus.